3.000 km. Fast 2.000 km und das zu Fuß. Wir wollen mal starten damit. Mal schauen, wie weit wir kommen. Wegen der Corona-bedingten Maßnahmen konnten wir leider nur vier Tage laufen. Diese vier Tagesetappen führten uns von Berlin über Saarmund, Treuenkretzen in die Lutherstadt Wittenberg. Wunderbares sonniges Herbstwetter empfing uns zum Auftakt. Durch das Lichterfelder Tor verlassen wir Berlin. Unsere erste Übernachtung war in der Pilgerherberge in Saarmund und wie ihr seht, hatten wir wirklich großzügig Platz. Vielen Dank an die Gemeinde. Untertitelung. BR 2018 Das war's. 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 Das war's.